... in der Arbeit, tiefer, was er noch immer was tun kann, aber wir sagen deshalb, schuld, dass Sie alle hier sind. Deshalb begrüße ich ganz herzlich, Arno Michels, Reimer, Stein und Ländler mit Eber! Ich bin Klobe auf Wasser, Entschuldigung! Ihre Vibliere gehört, wir sind einfach stolz, was wir jetzt erreicht haben, was wir für tolle Spiele gesehen haben. Und nicht nur hier, wir leben auf dem nächsten schönsten Stadion der Welt, sondern auch auswärts. Und dieses Jahr, da bin ich mir sicher, wird es auch passen mit einem Titel. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen, unser Cheftrainer, Thomas Dunkel! ...